Austrias Trainersuche dürfte schneller enden als gedacht. Wie die Austria Wien auf Twitter mitteilt, soll der deutsche Thomas Letsch Nachfolger seines Landsmannes Thorsten Finken Favoriten werden. Jetzt muss der 49-jährige Letsch noch seinen Vertrag bei Aue auflösen, dann ist der Weg frei für sein Engagement bei der Austria. Der Vertrag liefe noch bis 2020, passend wären aber auch Klubfarben und Blumen, denn auch im Erzgebirge spielen Feilchen. Wer ist also Thomas Letsch? Letsch trainierte zuvor in Liefering und Salzburg, in Wien soll der Mann mit Red Bull-Wissen Feuerwehr spielen und den Europacup-Platz retten. Gelingt das, steht einer Verlängerung nichts im Wege. Letsch ist unter anderem nach Christoph Daum, Joachim Löw und Thorsten Fink der nunmehr siebte deutsche Trainer in Favoriten, zugleich der 21. am Verteilerkreis seit dem Jahr 2000.